Ja, geh rüber. Alles klar, er geht rüber. Okay. Hast du Go gesagt, Nikkei? Wir sind einfach zu viert, warte mal kurz. Ja, alles gut. Ja, der gehört zu mir. Okay. Hey Leute, ich bin's, der Claudio und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute habe ich King René dabei und den Angler Marci. Wir haben uns gelöst, natürlich. Martin wollte extra irgendwas anderes als ein Doppel machen, damit ich keine Pads kriege. Ja, genau, Freunde. Heute spielen wir eine 3-Player-OB. Das heißt, komm, Freunde, wir gehen jetzt rein. Wir gehen zu Laser auch direkt. Wir brauchen nicht das Erste, kommt rein. Ja, man rückt Laser hier hoch. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Hier steht, kann ich dann schließlich vier weitere Level ab? Was ist das denn hier? Ach, du musst erst das Story spielen. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö noch mal 1 2 3 kommen ok ich hab das dicke jawohl gelb ich bleibe auf gelb stehen das ist ja erst runter gehen wir sagen ja ihr müsst ihr auf meiner hier auf mein nacken ist bei dem ist ein bisschen springen geht los beide müsste springt ob jawohl starken jawohl der junge war nie weg kommen rené dasselbe wieder jawohl junge jawohl du bist doch der beste jawohl so weiter geht's komm komm hallo ja komm auf geht was ist hier der von uns darauf liegt ist richtig schlecht ich geh rüber ja ja weil einer von euch das losgelassen hat wir machen aber wir machen aber nur die erste runde also danach kann ich wieder nach hause nicht ein bisschen mehr muss los bleibt auf bleibt auf nicht wieder runter geht lasst mal versuchen das first try zu schaffen das eben war ein test ja genau 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 ja bleib auf den gelben bitte rennen nicht guter gehen ja schon mal schauen kann ich bin die kinder kann das sind gelben noch gehen damit die gehofft ach so kann schon noch okay kommt kommt machen wir machen das ernst weil ich diese stelle das blaue aber sicher dass auf das dunkle gehen musste die rennen ok na klar ja natürlich einer natürlich darauf dass du mal jetzt noch nicht los wir gucken zurück ich drücke jetzt auf orange jetzt kommst du zurück kommst zurück der renne nein 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 warte 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 ich habe eine idee warte 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 mal kurz her komm mal genau jetzt stehen bleiben stehen bleiben jetzt ne muss rüberkommen muss rüberkommen die kehrt recht du musst rüberkommen danach gemacht das weiße kommt rüber ich sehe es von dir kommen rüber jetzt warte die beiden jetzt bloß nicht rein schauen jetzt runterfallen guck mal wir sind einfach gut mal first try wenn wir wenn wir uns anstrengen das schaffen ist auch der respektlose komm wir machen jetzt das das nächste aber schwierig einer läuft über was grün a da wird doch die farbe angezeigt seht ihr das die farbe wird angezeigt grün gelb ok wir müssen jetzt schnell rüber zu gelb ihr müsst auf den gelben dann stehen bleiben ich bin auf dem gelben obwohl das orange doch gelb ich habe es auch verstanden junge rinne du schwitz erwarten auf uns hast verstanden du musst du springen die key du musst auf die platten springen am ende auf dem auf die hat recht recht ich gehe er hat recht ich glaube wo drauf die gehe ich schnell rüber schaffst du nicht mal ich habe es verstanden ganz verstanden machen die platten stehen bleiben muss mal auf dem button drauf der ich mich klick auf und geht die key nenne das zu klären wie man spielt das ja zu zweit und ich muss man auf die farbe springen gelb ist jetzt auf gelb ich bin auf gelb drauf die kämpfe bestehen weil ich noch weiter schaffe ja alles gut wir haben es kapiert wir sind wir sind helden wenn ihr nicht grün ich die auf grün meinem bruder herz aber das ist ja schon mal weiter ich bin drüben musst du mir helfen halt jetzt musst du mir helfen oder wollte das jetzt zu zweit alleine spielen ich helfe ich helfe klickst du auf rot ja genau aber rot ist ein safe zone für dich ja okay ich habe noch rot sehr gut guck mal das ist das junge rede ich bin wieder alleine diese 31er ja ich will muss noch schwarz sein ja okay ich bin da ist gut ich bin hier die nächsten schaffst du ja easy siehst du das die kenne spielt einfach alleine ja ich will ja auch gewinnen dunkelgrün das wird das ich jetzt aber nicht nur dunkelgrün die geht nicht weiter geht nicht weiter ja leute dafür gibt es auch mal ein bisschen die unterstützung von euch ne du bist ja du bist auch einfach allein ich geh auf braun dicker lauf ja wo ich mich ein vor bleibt ein vor bleibt da so ich bin wieder auf braun ich kann drauf aber bei mir gab es nichts woanders kann das mal eben zu dritt das machen okay ich bin ich bin ich bin ich bin alles gut ich gehe auf mein freund stark ich gehe auf gelb wo ist denn gelb ich bin auf gelb ich bin auf gelb du gehst weiter die kenne jetzt musst du jetzt musst du auch mit helfen renne ja was ich dann machen schwarz drücken ja ich bin auch schwarz die geht du bist nicht wirklich runtergefallen oder wir machen es nur noch zu zweit ja ja aber ich kann ja ich vorkommen ja sehr gut sagt jetzt blau ich hab ich kein blau bei mir ich kann bloß bei mir das wäre das ist schon schwer kommen renne wie in sich nicht so schlecht ach muss bei den freunde danke für die folge kommen sein das können ja eben doch nicht spielen ok freunde heute ein bisschen chaotisch laser das gelb ja ich nehme ich den ich habe den jetzt okay und doch einer muss ja noch einer muss ich gehe mal auf geld die karl den laser wochen zwei laser auf zwei du hast dich an der hand drück mal zwei und rechts und unten in der mitte steht so in der mitte steht dass du leise hast die zu regnen und du hast ihn nicht oder was ich bin ein holz wissen warum guck doch einfach muss man muss nicht einfach rot treffen doch klar die rote zielscheibe hier tut sie doch bisher noch nicht er geht noch mal auf das gelbe drauf weil wir hier drüben ist blauen jassen oh mein gott ja was ich hab's gecheckt da ist der nächste laser was der nächste leser schafft ihr euch ich hab's gecheckt okay wir müssen wir müssen diese figuren abschließen abgeschossen nehmen die laser jetzt muss die blaue abgeschossen wenn die gehst du zu blauen rüber lausen rennen los du musst da hingehen wir müssen noch mal machen aber was wir uns gelernt ok die kennen sie jetzt kannst du jetzt schon roten da schießen der ist davon du musst die roten treffen die kämpfe rote ja da gut ok ich gehe schon meiner ich gehe schon mal ein ab dann gehen die letzten war dann ich muss auch ich muss ja auch nicht machen moment ich mache schon einen weg und dieser macht auch schon ein weg da könnte mir sagen weil ich glaube wenn ich kann abschließen soll der grüne ist doch ich kann doch den gründer nicht in der mann schießen verstehst du ja ich habe doch zwei ich habe mich ein aber ich muss beide treffen aber ich habe ich habe beide jetzt gemacht okay ich schieße es jetzt mal drauf beide sind am leuchten siehst du geht nicht ich muss beide machen deswegen das kompliziert ich glaube ganz ehrlich ich glaube wir müssen das nein ich glaube ich muss erst sein der leute wisst ihr ja genau ja weil meine kummer meiner steht ja hier so ja komm her okay ich schieße dann läufst du mach ich glaube du hast zu früh gemacht ich versuche trotzdem schnell noch perfekt so warte noch so sagt bescheid ich bin ja der letzte sagt sagt ihr könnt jetzt kommt 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 ok wenn ich habe doch ich habe doch das gemacht war doch gut ja ja ich schieße die kette muss an okay die jetzt schon gemacht ja moin die jetzt schon gemacht wenn ich schnell rüber die hat sich glaube ich verkauft gelb ich glaube ich einfach gegen schießen oder lila und rot gleich blau also die und ich wir müssen auf lila schießen nicht ihr müsst auf gelb und dann müssen kompliziert nein gelb gleich gelb grün blau grün blau auch hier wie beide kommen auf gelb kommen schießen auf gelb okay das muss schnell gehen das muss schnell gehen warten wir gucken uns das an die gecheckst du das was wir machen okay dann auf gelb und rot beide die kei nee du du erst auf violett mach mal ja noch mal weil die violette ja ja klar weil die violette die kommt ja danach ja okay und das letzte wie wir das lassen dann ihr beide auf rot haben wir noch ein geld doch grün ich habe ich habe grün aber ja es klappt keine ahnung da steht ja gelb rot aber ich habe ja grün ok das heißt links rechts oder mitte ok ja ok breit warte nein das muss abkühlen und dann oben muss abkühlen und jetzt so die cash schnell wer macht mit mir mitte noch schnell dann rüber jawohl wir sind doch die macher sind doch die macher freunde habt ihr jemals an uns gezweifelt ich mir sagen das reicht doch oder was sagt ihr auf jeden fall ist auch die wir haben genug freunde die kämpfe mir auch schon ausgang freunde schreibt man in die kommentare ob ihr das ob ich das ganze gefallen hat mir die gern drin ich fand es ganz gut und ich würde sagen wir sehen uns aber beim nächsten mal